Das bin ich, Lotta Petermann, 11 Jahre alt. Cheyenne, meine allerbeste Freundin. Wir sind immer zusammen. Wir mögen dieselben Spiele, wie Beerdigungsspielen mit Cheyennes Schwester Chanel. Ich will nicht mehr tot sein. Meine Mama kauft ununterbrochen die komischsten Sachen. Meine Afrika-Nachshorn-Banane. Mein Papa, Frühaufsteher, liebt nichts mehr als Ruhe. Denn er ist immer, wirklich immer krummelig. Das ist Mamas neuer Chef, Heiner Krisch nach. Isop-Furz. Der ist irgendwie komisch. Leise, bitte leise! Mein Name ist Gisela Kakat. Wer Witze über meinen Namen macht, der stirbt einen qualvollen Tod. Sorry, Virenike von Bödecker. Ich bin hübsch, ich bin reich. Und ich bin das beliebteste Mädchen der ganzen Schule. Voll das Mobbing, ey. Und als Einzige der ganzen Schule nicht einzuladen. Alles okay. M-Marlon? Wir sind voll dicke mit denen. Kannst du die mal wegnehmen? Wenn ihr ihn so super kennt, könnt ihr ihn ja mitbringen zu meiner Party. Nicht so. So. Was kann ich denn dafür, dass der mich mag? Äh, ich glaub, ich krieg ne Grippe. Ist manchmal auch echt voll peinlich mit dir. Und du? Du bist manchmal echt voll langweilig. Wird schon sehen, wie das ist ohne mich. Wie lange kennt ihr beide euch jetzt schon? Grummeln und nix sagen führt zu nix. Ich soll dir nicht nix sagen. Dafür rummelst du aber ganz schön viel in letzter Zeit. Warum sollte der mit uns auf eine Party gehen? Weil wir cool sind? Am Samstag. Pups, du Muttersöhnchen. Ich hab nämlich alles mit meinem Handy aufgenommen. BR 2018